Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Top 10 der besten Filme des Jahres. 170 Filme habe ich in diesem Jahr im Kino gesehen und hier sind die 10 besten. Auf Platz 10 Steve Jobs von Danny Boyle. Gute Biopics kann man an einer Hand abzählen, die nur drei Finger hat. Dieses Biopic von Danny Boyle gehört dazu, weil wir hier eine Person, sein Werk und seine Ideologie nahegebracht bekommen. Danny Boyle hält zu Jobs, aber auch zum ganzen Hype um Apple, eine gesunde Distanz, von wo aus er beobachten und analysieren kann. Michael Fassbender und Kate Vincent spielen unglaublich eindrucksvoll ihre sperrigen Charaktere. In ihren Gesichtern spiegelt sich wieder, wie das Öffentliche und das Private zusammenfällt, wie es unentwürrbar wird. Auf Platz 9 Lost River von Ryan Gosling Warum Ryan Gosling so sehr von vielen gehasst wird, das ist vielleicht unerklärlich. Man könnte sagen, es ist Neid. Es ist aber sicherlich auch ein großes Unverständnis gegenüber einer Ästhetik, die sich nicht mit kleinen Fingerübungen begnügt. Lost River ist ein gewaltiger Film, der uns in eine Welt entführt, die die unsere ist. Im Niemandsland von Detroit zeigt uns Gosling eine Mutter, ihren Sohn und eine Nachbarin, die in abgründige Strudel aus Gewalt, Kapital und Prostitution gezogen werden. Wir sehen Menschen, die aufgrund der Immobilienkrise ihre Häuser verlieren und buchstäblich nicht mehr länger Herr im eigenen Hause sind. Gosling verbindet fantastisches Erzählen mit dem sozialen Drama, innere und äußere Prozesse und die apokalyptischen Szenerien mit der Finanzkrise. Auf Platz 8 Foxcatcher von Bennett Miller Viele Regisseure haben es bereits erkannt, viele Freunde des anspruchsvollen Films noch nicht so ganz. Vielleicht ändert sich dies nun mit Foxcatcher, denn hier können wir erleben, was für ein toller Schauspieler Shanning Tatum ist. Das Spannende an Foxcatcher ist die Verschiebung von altbekannten und bewährten Topboy. Ein Sportlerfilm, der von Patriotismus und festem Glauben an Werte erzählt, von Fleiß, Disziplin und Erfolg. Bennett Miller verschiebt all dies und zeigt uns plötzlich, wie brüchig das alles ist. Und wie es am Ende in die Barbarei umschlagen kann, wenn der einst erfolgreiche Ringer nun im Käfig eingesperrt in blutige Kämpfe verwickelt ist. Diese bittere Schlussbehandel ist eine scharfe Kritik an der Weltmacht USA und am Westen überhaupt. Foxcatcher spielt zwar in den 80er Jahren, aber er ist ganz aktuell. Auf Platz 7 45 Years von Andrew Hay Ein Haariss kann sich auftun und eine Schlucht wird daraus. Eine 45-jährige Ehe steht plötzlich am Abgrund und man fragt sich, war die Liebe nur ein leerer Wahn? In den letzten Sekunden des Films sehen wir das Gesicht von Charlotte Rampling. Wir werden dieses Gesicht nie wieder vergessen. Es trifft uns tief, was wir da gerade sehen. Und es hat uns bereits tief das getroffen, was wir zuvor sehen konnten. Würde das Wort perfekt nicht so kalt und funktional klingen, müsste man sagen, 45 Years ist ein perfekter Film. Aber sagen wir es anders. Er ist stimmig in seiner packenden Subtilität, stimmig in dem Setting, im Schnitt, in der Bildsprache und was die Schauspieler angeht. Wir müssen im Jahr viele scheußliche Filme über reifere Herrschaften über uns ergehen lassen. Dies aber ist ein reifer Film. Auf Platz 6 James Bond Spector von Sam Mendes Ein bisschen schien James Bond ja schon immer aus der Zeit gefallen zu sein. Und viele hielten die Figur im neuen Jahrtausend, im Zeitalter der digitalen Revolution, für unrettbar antiquiert. Sam Mendes aber beweist nach Skyfall erneut, wie aktuell James Bond noch immer ist. Und er hat so einen hochpolitischen und hochspannenden Film kreiert. Die Auflösung des Subjekts, die wird überall vorangetrieben. In der postmodernen Theorie, durch die neoliberale Politik oder eben durch die Digitalisierung. Im Sinne einer kritischen Subjektivität stellt sich Bond und sein Team dem entgegen. Häufig hört man heutzutage, es gibt keine Helden mehr. Und Gott sei Dank gibt es keine Helden mehr. Nach Spector müssen wir uns fragen, ob das wirklich so stimmt. Auf Platz 5 A Most Violent Year von J.C. Chander Oscar Isaac gehört schon jetzt zu den Schauspielern, bei denen man von einem echten Lebenswerk sprechen kann. Obwohl die Filmografie noch vergleichsweise überschaubar ist. A Most Violent Year sieht aus wie ein Mafia-Film. Eine Hommage an die Pate-Trilogie ist aber das genaue Gegenteil. Die Grundfrage des Films lautet, führt Legalität in diesem System zum Erfolg? Der recht anständige Geschäftsmann Abel Morales will den Aufstieg, doch nicht um jeden Preis. Oscar Isaac spielt diesen gewissenhaften Unternehmer mit nuancenreicher Brillanz, indem er selbstverständlich berühmte Vorbilder wie Al Pacino aufruft, jedoch diese ikonografisch gewordenen Gebärden leicht verschiebt, sie verfremdet oder sie subtil unterläuft, um den entscheidenden Unterschied deutlich zu machen. Und bei all dieser Schauspielkunst ist A Most Violent Year ein Film über uns alle und über unsere eigene Korrumpierbarkeit in einem falschen System. Auf Platz 4 Ex Machina von Alex Garland Was ist der Mensch? Keine geringere Frage stellt dieser Film, der ebenfalls mit Oscar Isaac besetzt ist und erfindet formale wie inhaltliche Antworten, die uns zu denken geben sollten. An den gerade hippen Universitäten, bei coolen Performances und im Silicon Valley ist man sich einig. Der Transhumanismus wird alle Menschen erlösen, eben dadurch, dass er die Menschheit einfach abschafft. Rauf und runter zitiert man dazu aus dem schwachsinnigen Cyborg-Manifest von Donna Haraway. Alex Garland unterzieht diese geistesschwache Mode nun einer radikalen Ideologiekritik, die fesselnd klug und ästhetisch rundum gelungen ist. Ex Machina ist ein großer und wichtiger Film. Auf Platz 3 Mad Max Fury Road von George Miller Postapokalyptische Bilder von ungeheurer Schönheit Dieser bislang einzige wirklich experimentelle Blockbuster wird in die Geschichte eingehen. Es ist fast ein Wunder, dass dieses Formexperiment geglückt ist, zugleich so viele Leute anspricht und auch, dass George Miller so viel Geld in die Hand bekommen hat, um diesen Film überhaupt zu realisieren. In der Regel verdirbt Geld ja den Charakter und auch so manchen Filmen. Die Liste von Filmen, die als Low-Budget-Produktionen interessant waren und die bei mehr Geld zu teuren, schlechten Remakes oder Sequels verunstaltet wurden, die ist unendlich lang. Oft ist ein guter Stil ja eben nicht die Frage eines hohen Budgets. Bei George Miller ist das anders, weil er erst jetzt mit hohen Geldsummen und der neuesten Technik das verwirklichen kann, was in der Trilogie mit Mel Gibson nur angedeutet blieb. Auf Platz 2 Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach von Roy Anderson Dieser Regisseur stellt auch beim dritten Teil seiner Trilogie über das menschliche Wesen seine Unabhängigkeit erneut unter Beweis. Es ist sicherlich der merkwürdigste Film des Jahres. Nirgendwo kann man eine solche Fremdheitserfahrung machen. Und dabei ist dieser Film so brüllend komisch. Wir lachen über die Nichtigkeit des Daseins, über den Wahnsinn der Welt und die Geschichte. Und nicht selten bleibt uns dieses Lachen im Halse stecken. Roy Anderson führt seine Figuren nicht vor. Er zeigt sie uns als tragikomische Opfer. Das absurde Theater eines Beckett oder UNESCO ist lange schon passé. Hier wird es auf unvergessliche Weise neu belebt und in das Medium Film überführt. Andersons Bildsprache ist dabei jenseits von gängigen Moden, von aktuellen Trends, überhaupt jenseits von fast allem, was man überhaupt vom Kino kennt. Dies ist ein wahrlich genialer und origineller Film. Und auf Platz 1 Viktoria von Sebastian Schipper Die junge Frau Viktoria ist gescheitert. Für eine Karriere als Pianistin, so sagt man ihr an der Hochschule, reicht es nicht. In dem Café, in dem sie jobben muss, steht ein Klavier. Als sie darauf Sonne, den Mephisto-Walzer von Franz Liszt vorspielt, ein Virtuosenstück sondergleichen, ist er sprachlos. Vielleicht wäre er auch sprachlos gewesen, wenn sie nur den Flohwalzer gespielt hätte, denn hochkulturell ist Sonne ja keineswegs irgendwie gebildet. Doch in dieser Szene steckt mehr als Verblüffung, wie wir sie aus Castingshows kennen, wenn irgendwelche unscheinbaren Leute plötzlich Puccini-trellern oder so. Der Walzer von Liszt ist wie Viktoria, ein Bravourstück, das stark auf Affekte aus ist, aber es artikuliert sich darin noch mehr, nämlich das Diabolische und das Inkommensurable der Kunst. Im Prinzip stehen wir dem Film genauso sprachlos gegenüber wie Sonne dem Walzer. Wir staunen, sind begeistert und sind doch auch etwas erschrocken, ob der Wirkung, ob des Sogs dieses Werks. Denn Viktoria ist die intensivste Kinoerfahrung des Jahres. Die schnittlose Kameraarbeit konfrontiert uns mit der Kunst selbst. Und wir schauen nicht nur, sondern wir sehen. Und wir schauen nicht nur, sondern wir sehen.